Kannst du mal sterben? Ich liebe die 1911er, genau für solche Fälle ist die echt optimum. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Und wie im letzten Video angekündigt, zocke ich jetzt nochmal eine Runde Eroberung in klein. Ich hoffe ich komme auf einen vernünftigen Server, denn die letzten Male war irgendwie immer wieder locker, locker vom Hocker-Map und das ging gar nicht. Ich hoffe ich lande jetzt nicht auf dem selben Server. Nein, tue ich nicht. Polska Polski Server Plutono Inni Number One. Ja, da bin ich jetzt drauf. Und wir gucken mal wie es läuft. Ich hoffe es läuft gut. So, dich habe ich. Halt doch mal still die Kiste hier. So, dich habe ich. So, mein Freund, das war wohl nichts. Lade nach, heute noch. Hallo? Weil er hier dieses blöde Ding da anhat, weißt du? Danke. So, die Punkte fürs Fahrzeug zerstören hole ich mir. Oh, so. Das ist doch blöde Fahrzeug. So, eine habe ich noch. Die würde ich mir gerne für ein Jeep aufbewahren. Hi, Snipper. Hier ist doch auch einer. Ist der drüber? Ne? Doch, der muss drüber sein. Ja, komm schon, ey. Hör doch mal auf hier im Kreis zu fahren. Ey, wo sind wir denn hier? Im Kreisverkehr oder was? So. Mittlerweile mal 100 Energie hier habe ich. Gut. Mein Gott, ey. Hier ist was los. Ja, ja. Lass mich. Zeig dich. Oh, fuck. Jippie. Wieder daneben. Oh, hier ist einer. Hab dich. Hi, Tim. Grüß dich. Timmy, 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 Timmy. Timmy ist am Start. Au, 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 au. Was ist das da? Na ja. Aussteigen. Den Typen nur hier wegholen. So. Gut. Ja, war eine sehr krasse Runde. Sehr unübersichtlich. Aber ich würde mal sagen, es reicht. Und ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben rein. Ansonsten nicht. Und. Ja. Bis zum nächsten Video. Bye, bye, ciao, ciao. Auf Wiedersehen, sagt Eure Gond. Macht's gut. Tschüss, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017